Zehn Jahre später. Wir befinden uns hier auf der Aronia-Plantage, die ich genau vor zehn Jahren im April 2009 angelegt habe. Damals war es die erste Aronia-Plantage in Niedersachsen. Inzwischen gibt es einige Plantagen, die dazugekommen sind in den letzten Jahren. Und man kann sagen, in den letzten zehn Jahren hat sich die Bekanntheit und Beliebtheit der Aronia-Beere steil nach oben entwickelt. Die Nachfrage nach Aronia-Produkten wird immer größer. Unseren Teil haben wir dazu beigetragen in den letzten zehn Jahren. Und zwar haben wir ungefähr um die 40 neue Plantagen mit angelegt. Das heißt, teilweise haben wir die selbst angelegt mit unseren Pflanzmaschinen. Teilweise haben wir die Kunden auch nur beliefert mit Pflanzen. Wir haben über eine Million Pflanzen verkauft in den letzten zehn Jahren. Und zwar wurzelnackte Aronia-Pflanzen der Sorte Nero, mit denen wir speziell Aronia-Plantagen anlegen. Und das Interesse an der Aronia-Beere und Aronia-Plantagen ist natürlich weiterhin sehr groß, sodass wir da fast täglich auch Anfragen haben im Bereich von Vermarktung, Unterstützung und natürlich Anfragen nach den Pflanzen. Das sind alles Punkte, die wir bedienen können. Zudem bieten wir bei uns im Haus Aronia-Seminare an. Das heißt Aronia-Anbau-Seminare. Da geht es dann um das Thema Aronia-Anbau von A bis Z. Wenn Sie planen, eine Aronia-Plantage anzulegen, sollten Sie unbedingt eins unserer Seminare besuchen. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren finden Sie unter diesem Video in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Vielen Dank.